Jo, herzlich willkommen zurück und ja, machen wir da weiter. Erstmal noch mal eine Runde Geld verdienen hier. Monte Carlo-Kurs gibt es dann jetzt dicke hier. Mal den Porsche richtig schön treten hier, den guten alten 911. Gucken wir mich die Leute an. Schöne Weile her, wo ich zuletzt diese Monte Carlo-Strecken gefahren bin. Doch, rennt aber gut. Da wären wir fast zur Arsch gegangen hier. Wie macht er das? Das ist deine erste Runde. Fünfter Platz. Du hast vier Sekunden Rückstand. Verstehe ich nicht. Der hat dieses Ducktail nicht drauf, ne? Das wird sein. Brauche ich das hier bei dem einfach nicht. Oder wie. Ja, ging er grad noch mal. Gut, soweit. Ja, auf einmal fängt er an wegzuziehen, ne? Vielleicht ist das Getriebe auch wegen der Beschleunigungsgeschichte ein bisschen zu übertrieben von mir. Ist vielleicht eher für hohe Geschwindigkeit das reinbauen. Keine Ahnung. Ich hab vergessen Slicks draufzumachen. Das könnte Sonne sein. Ist natürlich nicht Optimum hier. Mit normalen Reifen. Das ist deine zweite Runde. Du bist auf dem vierten Platz. Du liegst vier Sekunden zurück. Das ist deine beste Runde. Das ist die letzte Runde. Der hat das aber drauf. Und zieht besser weg. Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich so gut dann doch nicht. Auf meine Wenigkeit. Und die KI ist echt nicht schlecht hier. Da ist das schon so genau. Ein bisschen brutaler das Ganze machen hier. Das bringt's aber auch nicht. Wie man sieht, das ist definitiv noch eine Herausforderung. Auch heute noch. Da ist er schon vorbei. Joho. Du bist auf dem vierten Platz. Okay. Dann müssen wir das mal ein bisschen anders angehen hier. Bastel ich mir mal ein paar Slicks drauf. Vielleicht liegt's ja tatsächlich nur daran. Und weiter geht die wilde Fahrt hier. Also. Ahem. Drei. Zwei. Eins. Los. Drei. Komm schon. Ich hab mal. Ja. Liegt wohl tatsächlich an dem Reifen. Ja. 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 Ich hab's ja. Das ist so viel ausmachen kann. Na gut. Ja. 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 Ja! das ist eine erste runde, du bist auf dem ersten platz und da bleiben wir hoffentlich auch nur die nirgen, die verdwebte, dann ziehen wir fest, die dazen im sicht, vertrenden. Die dazen und schlag, die Tuistera anzüllen. Bis zum nächsten Mal, du bist. Auf 1.5 Uhr, du bist. Achem Oh Gott das rektrum ist bestimmt besser hier das machen wir schon hier das machen wir schon hier das machen wir schon hier So geht's auch. Halbweg sauber durchgekommen, ne? Jo, aber um das Turnier gut zu bestellen, muss ich mindestens noch mal einen ersten machen. Weil im kompletten Turnier bin ich ja erst auf dem zweiten Platz, muss mich ja jetzt wieder zurück hohe arbeiten da. Gleiche Rollen hier, ab geht die Reise. Los! Ja komm, dann fahr mal erst mal vor. Dann ziehe ich dich gleich ab. So, ab hier ungefähr. Oder auch nicht. Spack's mal fest. Worum bremst du? Kannst du schön Vollgas durchziehen. Computer. Das ist deine erste Runde. Du bist auf dem ersten Platz. Ja, dann wäre ich besser links lang glaube ich jetzt, in dem Fall. Naja. Wenn ich noch einmal kriege, kriege ich noch nochmal. Und tschüss. Ja, bei 230, etwas drüber ist aber Schluss hier. Zumindest mit dem Getriebe. Voll ausgedreht. Das ist deine zweite Runde. Erster Platz. Beste Runde. Letzte Runde. Läuft. Und Spack's mal wieder fest. Läuft. Läuft. So, 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 so. So, und schon ist die Nummer vorbei hier. Das hätte auch besser laufen können, aber na gut. Wir lassen das dabei. Die europäische Rallye wäre dann da noch. Das werden wir, glaube ich, auch im nächsten Atemzug noch machen. Da gibt es nämlich ordentlich Monäten dann. Jo, aber bis dahin. Ja. Und dann? Und dann? Ja. Var. Ya. Ja. Ja. Vielen Dank.